Dinger abzwacken lassen Ja ne ich war grad weil wir hier oben diese Kiste haben Oder hier oben halt Ah ich überlasse das dir Laboreffizienz hast du verbessert Seh ich grad Ich mach mal Logistik 2 Das ist günstig und dann kriegen wir noch schnellere Bänder Ob wir es nun brauchen oder nicht ist ja egal Aber dann können wir zum Beispiel die Erze Schneller transportieren lassen oder so Obwohl wenn es eine dauerhafte Produktion ist bringt es ja auch keinen Unterschied Aber egal Ok Gut Was brauchen wir noch für die Bauern Rote Chips Achja Rote Chips Siehst du es war günstig Ernsthaft Bin ich dumm So Die Frage ist nur wo komme ich hier durch Von wo zwackst du denn ab Ja das ist erstmal die Frage nicht Muss ich hier durch Irgendwo Ja die reichen nicht Hier oben Ja da oben kannst du lang Genau Ah quatsch Hm Hast du die blauen Flächen kriegen wir sobald wir Ich produziere jetzt Ich produziere jetzt Ich mache hier gerade Chips Rote Chips Ich werde gerade wieder bei Forschung auswählen Komm Ja BPO 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 Das war's. Das war's. Das ist ja auch fix. Ja, ist ja auch kein Problem. Schadenserhöhung, Geschütztorben erforsche ich mal. Das ist nämlich auch günstig und geht relativ fix. Ach, scheiße, das bringt gar nicht zu. So, die Kupferplatten kommen. Ja. Oh, nice. Dann produzieren wir auch gleich Batterien. So, und die müssen jetzt wieder zur Hauptlinie. Ja, und ich habe da unten auch Chips, rote Chips. Das heißt, du kannst es ja dann irgendwie verbinden, dass Batterien und rote Chips auf einem Band laufen. Ja. Wenn du willst, aus blauen Fläschchen, da brauche ich alles. Intelligente Greifarme. Oh nein. Oh nein. Schnelle, ach, für intelligente Greifarme brauche ich schnelle Greifarme. Und für schnelle Greifarme brauche ich grün, Greifarme, Eisen. Hier sind Greifarme und grün. Oh, die ersten Batterien kommen. Greifarme, grün, Eisen. Scheiße, wie meint das jetzt mal? Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber ich würde da jetzt nicht reinfuschen. Wie würdest du jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche normale Greifarme und die grünen Chips von diesem Band, also von den beiden Bändern, wie würdest du es machen? Ähm, ich würde mir... Ich hätte überlegt... Also du kannst, du kannst den Greifarm so setzen, dass er auf diesen gelben Kasten draufsetzt und das funktioniert. Okay. So, kleine Info. Also ich hätte mir jetzt... Überlege gerade was, warte mal, lass mich mal bitte kurz... Lass mich mal kurz machen. Ich will mal gucken, ob du das dann auch okay findest. Siehst du ja gleich, was er machen soll. Ich brauche da die grünen, dann setzt er die auf das hintere Band. Ich brauche hier die Arme. Wo sind die Arme? Da. Die setzt er mir dann auf dieses Band und dann können ja die beiden Bänder zusammen verlaufen. Ja, musst du einmal eine Kurve setzen. Ja, genau. Aber wie habe ich denn das sonst immer gemacht? Oder nicht? In welche Richtung willst du denn eigentlich? Ja, ich... Das überlege ich mir sofort, warte. Weil, dann kannst du einfach ein Band... Ich habe immer sonst den... Dreifarm gesetzt. Band. Und dann... Genau, dann prinzipiell... So, hätte ich die jetzt raussortiert, die beiden. Und... Was brauchte ich noch? Eisenplatten. Hm. Ich hätte es immer so gebaut. Ach so. Äh, so. Wenn du dann da den nächsten hast. Ja. Das Problem ist, so greifen die ja beides ab, was drauf ist. Ja, ja, nee, intelligent halt. Ja. Ich habe ja das gleiche gemacht, nur nach innen. Also du musstest ja mit dem Band zur Seite weggehen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Produktion hier nach links legen will. Aber eigentlich muss ich das, weil es sollen da jetzt... Ja, das ist die Greifarmproduktion. Eigentlich muss ich die nach links verlegen, weil am Ende sollen ja blaue Flaschen rauskommen, die diesen ganzen Weg wieder nach hier oben müssen. Zu unseren Laboren. Ähm, ja. Dann da hoch. Ja. Aber das bedeutet, dann würde ich das hier vielleicht anders regeln. Ähm. Keine grünen Chips. Warum kommen keine grünen Chips? Deshalb kommen keine grünen Chips. Darf ich den noch einmal ändern? Ja. 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 Hat es kurz geleckt. Oder ich bin aufs Förderbank gekommen. So. Das Problem ist, wie bekomme ich hier jetzt noch Eisenplatten dazu? Äh. Mit einem zweiten Förderband. So kann man es ja machen. Und wieder einen intelligenten Greifarm oder was? Äh, ja, ja. Okay. Ja. 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 Und der soll dann hier die Eisenplatten halt runter, ne? Ist ja jetzt die Frage, ob es auch Chanel genug ist, ne? Klar, der intelligenten Heifer ist ja schnell. Aber sonst kannst du halt auch mehrere Greifarm oder hinsetzen. Es sind halt jetzt wieder mal, so wie das damals schon der Fall war, die grünen Chips. Ja. Was man beschleunigen könnte, indem man die Fabriken ersetzt, schon mal. Das mach ich mal eben. Dann geht das schon mal ein bisschen schneller. Da müssen das aber auch schnelle Greifarme werden hier. Ach, das ist doch wieder... So. Na, gerade die sollten vielleicht... Ach, was soll's. Nein, das funktioniert nicht. So ne Scheiße. Das funktioniert nicht. Gott. Alles gut. Ich reparier's wieder. Müssen es wirklich zwei Fabriken sein, die diese Greifarme herstellen? Nee, du brauchst ja gleich noch Greifarme, um andere Greifarme herzustellen. Achso, die... Das weiß ich nicht. Weil die schnellen Greifarme brauchen wir auch zwischendurch eigentlich gar nicht. Testen wir das dann einfach mal aus, würde ich sagen. Kannst du gleich nochmal dann schauen, wegen Strom. Ich mach da so ein bisschen Gedanken noch. Gerade. Wann ist denn das passiert? Was denn? Wir haben nicht genug Dampf. Hm, okay. Ich hatte gerade so ein bisschen Denkfehler. Batterien, 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 Batterien kommen da an. Rote Chips, Greifarme hier. Was brauchen wir noch? Jetzt intelligente Greifarme. Nur grüne Chips und diese... Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal schön.